Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Patch 9.2.5 hat auch einige undokumentierte Änderungen mit sich gebracht, die ihr in keinen offiziellen Patch Notes von Blizzard finden werdet. Findige Spieler von Icy Veins und vor allem auch von Reddit haben daher eine Liste zusammengetragen und alle undokumentierten Änderungen, die sie bisher so gefunden haben, zusammengeschrieben und ich möchte euch die bisher aktuelle Liste zeigen. Sofern da noch was dazu kommt und ich noch was lese, werde ich das natürlich ergänzen und ich würde ansonsten sagen, starten wir einfach mal rein. Euer Pocopoc kann sich automatisch von Automata trennen. Ist mir bisher tatsächlich noch nicht aufgefallen, aber habe ich vorher auch nicht wirklich genutzt, von daher I don't know. Was ganz interessant ist, Cross-Faction Items versenden. Das funktioniert, wenn ihr auf einem Chart einen Allianzler und einen Hordler habt, könnt ihr euch, die müssen natürlich auch auf einem Account sein, auf einem Server, könnt ihr euch zwischen diesen beiden Chars Items hin und her schicken, unter anderem sowohl auch scheinbar Gold. Also das, was so auch funktioniert mit normalen Twinks, scheint auch jetzt zwischen Allianz und Horde zu funktionieren. Dann ein paar Mobs aus dem Dungeon. Straßen von Tazavesh skalieren jetzt mit dem Level des Schlüsselsteins. Da habe ich aber schon gelesen, wurden schon einige wieder genervt. Die Skybox von Uribos wurde geändert auf das Niveau von Addon Start. Heißt der Himmel über Uribos, der war ja dann zum Schluss teilweise rot. Das sollte jetzt wieder auf normalem Niveau sein. Die Hauptmannarmbrust des Kartells Xy hat ein neues Modell spendiert bekommen. Beim mythischen T-Set der Dämonenjäger aus dem Grabmal des Sageras war es wohl so, dass eine Schulter eine etwas abweichendere Farbe hatte. Das wurde geändert. Der leere Steinsuppenkessel zeigt jetzt scheinbar keinen Fortschrittsbalken mehr, während ihr Zutaten hineinballert. Also erst, wenn damit aufgehört wird bzw. gerade keiner was reinschmeißt, habe ich im Raid ehrlich gesagt nicht darauf geachtet. Müssen wir mal schauen. Grüne glühen bei dem roten Schlüsselstein-Meister-Mount, also diesem Elementar, wurde entfernt. Dann Back der Protodrachen, das hatten wir neulich schon im Video, habe ich euch auch noch mal verlinkt, wurde gefixt. Also ihr könnt wieder normal damit fliegen. Und die Haltung der Chars mit einigen zweihändigen Streitkolben wurde verbessert, sodass das jetzt etwas natürlicher aussieht. Alles in allem, ein paar ganz nette Sachen dabei. Mal schauen, ob die Community noch mehr findet. Wenn euch noch was aufgefallen ist, gerne in die Kommentare damit. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo, da würde mich sehr freuen. Damit bis zum nächsten Video. Schönes Wochenende reingehauen.